So, langsam nähern wir uns endlich dem Leuchtturm, den wir errichten wollen. Und damit herzlich willkommen zurück zu... So, es nominiert mich für den Slowplayer Award. Bitte. Okay. Ach ja. Ja, ich schau mal, was passiert. So. Jetzt, ich schau mal, was passiert. Ich schau mal, was passiert. So, ich schau mal, was passiert. Ich schau mal, was passiert. So, das ist... Das ist was... Und dann... Und dann... Absolut großartig. So, ja, da wird ordentlich transportiert. Ja, ist doch schön. Immer noch zu wenig Schlafplätze, das ist ein bisschen bitter. So, dann gucken wir doch mal. Hier geht nichts. Da fülle ich sie wohl nicht. So. So. Super. So. Oh, ohne dass es irgendwas bringt. Aber ja, bauen wir erstmal da Häuser und dann gucken wir mal. Ja. Naja. Super. Super. Ach ja. Ja. So. So. Eine relativ lange Kette. So. Wir sind hier. Ja, das geht schon mal gut ab. Ich sag mal, während Viechnis und die Siedlung geplant haben, hat sich die Siedlung langsam verselbstständigt. so. Und ich würde sagen. Ja. Und ich würde sagen. Okay. 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 Ja. 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 Vielen Dank. So, na denn, machen wir mal die Marktstände. Ach so, die haben wir schon mal sicher. Dann hier und wir brauchen noch einen Marktbrunnen. So. Okay. jetzt übertreiben wir einfach mit bauen und ich möchte einfach das hier weiter um damit wir endlich endlich da alles errichten können so und dann brauchen wir aber noch wenn wir das jetzt schon da so alles super warum haben wir jetzt gejubelt ich habe mich mit einer fraktion angefreundet ach das ist schon mal sehr gut den rest mache ich irgendwann anders nachher es wird alles schön transportiert aus den weiten winkeln man man ist riesig gewordenen reiches und ich versuche meinen zahlreichen einwohnern noch mehr bauten zu widmen naja gucken wir mal wie heute wir kommen wir sind jetzt schon hier aber das geht ja gut wir wollen nach da hinten das ist doch schön ja da ist ein see damit kann man noch nicht so viel anfangen der rede hier jetzt kann man so gut wie fertig das ist doch super wenn die fertig ist kann ich auch wieder andere sachen bauen wir sind gut unterwegs die schatzkammer wird gebaut damit können wir uns eigentlich immer nur noch mehr anfreunden mit einem volk mit dem wir schon angefreundet sind was jetzt so semi gut ist jetzt auch nicht schlimm aber nicht so richtig hilfreich was mich halt nervt ist man sieht halt nicht wie viele felder so eine farm betreuen kann steht halt nur da wie viele gebäude ich schon von der sorte habe ach so das power up was so und dann nur weizen da brauche ich nicht bei den feldern nicht so so ach ja okay dann können wir das hier auch weg machen und dann würde ich sagen noch eine zweite vielleicht hier noch ein bisschen was weg haben wir dann daher noch ein bisschen platz na gut ist ja auch egal würde ich sagen danke dass ihr mir ein bisschen zugesehen habt wie ich mich dem leuchtfeuer immer weiter mehrere wasser weiter richten und dann sage ich schon mal hier auch wenn die änderung in den videos erst später kommen wird die afd sind nazis die versuchen wie die nazis 1933 bis 1936 die kontrolle zu übernehmen und dann dasselbe von 1939 bis 45 auf der welt zu veranstalten und das mag heute eloquenter und besser rüberkommen aber fragt nazis und wer afd wählt weg aus meinem kanal der abonniert mich verschwendet sagt euren leidensgenossen bescheid dass die gehirnkrankheit die sie wissen dann einfach nur heilbar ist indem sie sich endlich mal echtes wissen aneignen und nicht verschwörungstheorien glauben zu denen es komischerweise keine guten beweise gibt und die jegliche statistik was migration angeht widerspricht und die auch jeglichen menschenverständnis widersprechen und damit tschüss und auf wiedersehen wir sehen uns im spiel auf der endcard und im zug zwischen dortmund und köln und bis dahin viel spaß beim selber errichten eurer bunten und offenen siedlungen pionys of pagonia wünscht euch euer aha willkommen in pagonia liebe pioniere und danke dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt wie ich meine siedlung aufgebaut habe für weitere siedler 1 let's place klickt hier für weitere siedler 7 let's place klickt hier für weitere command and conquer let's place klickt hier wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin viel spaß beim selber siedeln wünscht euch euer aha